Wenn wir einen tieferen Sinn im Leben haben, dann fühlen wir uns lebendig, wir stehen gerne auf, wir strahlen vor Energie und auch wenn es draußen regnet, wie gerade, macht uns das nichts, weil wir einfach in unserem Herzen spüren, dass wir etwas Größeres haben, zu etwas Größerem beitragen, als wir es selbst sind. Und ich habe einen großen Shift erlebt in den letzten Tagen von Business zu einer Bewegung, nenn ich es mal ein Movement. Und ja, dann lasse ich dich ein bisschen hinter die Kulissen aufblicken. Ich habe dazu ein YouTube-Video aufgenommen, gibt es auch als Podcast-Folge, ist ein bisschen länger und den Link findest du in meiner Bio. So, mich freuen, von dir zu hören, wenn du es gehört hast. Sag mir gerne, was du dazu denkst. Und ich wünsche dir einen wundervollen, hoffentlich so einen eigenen Tag. Schön, dass es dich gibt.